Auch wenn es damals, glaube ich, ein CDU-Politiker, Herbert Gohl war, der in 70er Jahren dieses Thema Ein Planet wird geplündert hieß, glaube ich, sein Buch überhaupt erstmal in die Öffentlichkeit trug, ist es seit drei Jahrzehnten das Thema der Grünen. Wie will die CDU, wie wollen Sie da überhaupt in eine, sagen wir mal, glaubwürdige Position kommen? Oder müssen Sie sich damit abfinden, auf die Dauer die Echokammer der Grünen zu sein, was das bedeutet? Nein, überhaupt nicht. Erstens ist es so, dass man, natürlich die Grünen auch diejenigen waren, die das Thema, ich sage mal, ein Stück weit auch hoffähig gemacht haben. Im Übrigen auch mit allen überschießenden Tendenzen. Aber es waren eben insbesondere auch Politiker wie zum Beispiel Klaus Töpfer, die es ein Stück weit auch so gewendet haben, dass es in der Breite auch akzeptiert worden ist. Klaus Töpfer war mein erster Chef und von dem habe ich eben gelernt, dass es nicht nur darum geht, sozusagen Schutz der Umwelt und Wirtschaft irgendwie miteinander zu versöhnen, sondern dass, wenn man es besonders klug anstellt, man mit dem Schutz der Umwelt eben auch noch gut wirtschaften kann und Geld verdienen kann. Das war immer der Ansatz. Und wenn ich jetzt auch mit Blick auf meine eigene Partei schaue in den letzten Jahren, was wir sozusagen versäumt haben oder wo wir auch Fehler gemacht haben, eine ganze Reihe von Themen, aber eines der größten Versäumnisse war, dass wir sozusagen diese Haltung, die wir über lange Jahre hatten, ein Stück vernachlässigt haben. Und es ist eben eine ganz besondere Herausforderung in einem Land, wo eine der stärksten Industrien die Automobilindustrie ist und wo unglaublich viele Arbeitsplätze auch dranhängen, sozusagen zu sagen, wir wollen eine Mobilität entwickeln mit Blick auf Klimaschutzziele, die eben diese Klimaschutzziele nicht dadurch umsetzt, dass wir deindustrialisieren oder jetzt über Baden-Württemberg genau das Gleiche, massiv Arbeitsplätze aufs Spiel setzen. Und das ist ein unglaublich schwerer Interessenswiderspruch. Und wie man das intelligent unter einen Hut bekommt, das ist ein Thema, das eigentlich auch klassischerweise auch ein Thema der CDU sein müsste oder hätte sein müssen, was es nicht war. Und wenn man meine Wahlanalyse hören will, ist das im Übrigen einer der Gründe, weshalb auch von uns Wählerinnen und Wähler zu den Grünen gegangen sind, weil sie eben dort Antworten gefunden haben, die wir nicht gegeben haben. Und deswegen wird das jetzt auch für uns in einem Nachholprozess eines der ganz großen Themen. Vielen Dank.